Freispiele auf 2 Euro. Jawohl. Geil. Ein schönes Wäubild. Oder auch 5 Kugeln nehme ich auch gerne. Ja. Na ja, so irgendwie Maul gerade. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Ja. 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 Oh, Scherde. Ruh, das ist ja schon da. Oh, das ist ja schon da. Und da kommt sie, jawohl. Schon 58 Spiele, er hat viel Leerlauf, jetzt kommt was gut. Nein, nein, zweite Drehung, 20 Euro rein, zweite Drehung, drei Kugeln. Das ist gut, ja, da, guck mal, Sven, halt mal, plus 33 RG, wenn die Lady kommen will. Ah, da, ein Sohn. Ah, da, ein Sohn. Ah, da, egal was da unten. Ja, mach da, nächster. Ja, 75 Spiele auf 1 Euro. Ja. Ja, das letzte Spiel. Nix. Ja. 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 Ja.